Was geht Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich insgesamt drei Team-Challenges für euch. Und zwar ist das Ganze im Zuge der Kraft der Gemeinschafts-Kampagne von Gota entstanden. Das Thema ist natürlich sehr wichtig, wie man gleich auch in den Challenges sehen wird, weil man nur gewinnen kann, wenn man als Team zusammenspielt und seinen Mitspieler unterstützt. Zu dem Thema gibt es außerdem noch ein cooles, persönliches Interview von mir. Einfach mal nach dem Video den Link in der Beschreibung anklicken. Ansonsten viel Spaß bei den Challenges. Let's go! Also Leute, wir machen als erste Challenge eine Volley-Challenge. Das heißt, die Flanke muss gut kommen, damit der Abschluss überhaupt gut kommen kann. Team-Kapitän Max, ich denke schon, wir anfangen. Was soll das? Nein! Ja! Okay, Team Bayern fängt an. Team Bayern fängt an. Also wir machen so, nicht fünf Abschlüsse, sondern sechs. Also jeder aus dem Team darf dreimal schießen, dreimal flanken. Jetzt kommt ein Ball, danach tauscht ihr. Und danach sind Nils und ich dran. Oh, das ist eine erbärmliche Flanke! Okay, Max. Nein! Boah, Junge! Scheiße! Oh, fuck! Okay, jetzt zwei Schüsse, ein Tor. Aber es ist kein Problem für Arsenal und London. Wenn sie nachzieht. Was war das? Okay, Team Bayern jetzt. Scheiße, wer kommt? Kipper! Junge! Was ist da los? War der nicht haltbar? Ja, das war nicht schwer. Junge, den hätte ich gehalten. Jawoll! Auf Wiedersehen! Wenn wir zwei Tore machen, steht es unentschieden. Da kommt der Fluchtball. Mann, Mann, Mann. Was haben sie sich vor der Ballabgabe gedacht? Da hält der Torwart seinen ersten Ball, ey. Ja, jetzt der Torwart aufgemacht bei dem letzten Schuss. Da kommt der Ball! Was ist das für ein Wahnsinn? Ich bleibe auf einmal hier draußen. Was ist das? Junge, der ist aufgewacht. Der FC Bayern, ihr führt noch. Ihr führt noch. Da ist der Nächste. Nein! Nein! Oh mein Gott! Also ihr habt dich als Schützen ausgewählt. Ach, ist das jetzt Thunder? Ja. Jeder hat zwei Tore. Thunder Death, ne? Ja. Okay. Da kommt das Ding. Scheiße, kommt gut. Jawoll! Jawoll! Die können nichts! Willst du schießen oder soll ich schießen? Ich überlasse dir den... Boah, Junge. Diese Verantwortung, dieser Druck. Ich hatte den letzten Schuss, Nils bringt die Flanke. Ich muss sagen, Nils hat bis jetzt auch richtig gut geflankt. Und ich glaube, das war's für Bayern. Max, ich glaube, das war's. Du machst du eh nicht. Letzter Schuss hier. Feierabend! Ja, Junge! Ja! So Leute, wir kommen zur zweiten Challenge, dem Linien schießen. Lukas gibt uns die Instructions. Zack! Also das Ganze ist so, jeder tritt gegen jeden an und das Team, was den letzten Spiel hat, der übrig bleibt, das gewinnt. Der erste Schuss wird vom Fünfer sein, also Free Kick vom Fünfer, dann ein Elfmeter, dann von der 16er Linie und sobald man einmal verschießt, ist man raus. Also Last Man Standing sozusagen. Und Max, hier steht ein bisschen Unterzugzwang. Aber nicht umsonst. Der FC Bayern steht Unterzugzwang. Crossbar! Fünfer ist erste Position, ganz ehrlich. Der Druck ist natürlich unmenschlich. Ich hab Schiss vom Elfmeter. Aber Fünfer... Aber du weißt genau, warum du Schiss hast, ne, Lukas? Ja. Ja. Okay, erster Schuss. Ah, easy! Erste eine Runde weiter. Ja, Nils. Wenn man den nicht reinmacht, ne? Darf ich? Ja, du darfst. Fatsa! Easy! Ich hab noch nicht geschossen. Oh, da klingelt's hier. Oh Gott, Junge! Das ist scheiße, ne? Lukas! Jawoll! Bestes Ding! Oh, ja, ist er! Sauber! Stark! Nils, bitte mach ihn rein! Dein Ding! Dein Ding! Oh, Schindelit! Junge! Max Power! Mit einem Schuss! Oh, mein Gott! Jetzt wird's spannend. Ja, jetzt wird's spannend. Weil jetzt ist es so, den muss man eigentlich nicht reinmachen. Kann man mal machen. Jetzt wird's ernst. FC Bayern. Vom 16er kann man auch verschließen. Junge! Was macht der Keeper da? Hallo, du hast Hände. Nein! Geil! Dauerkeeper! Max Power. Na, Sicherheit. Checkt seinen Kanal. Checkt ihn auf Instagram. Power Max, beziehungsweise Max Power. Boah, geiles Ding! Oh, shit! Oh, mein Gott! Deswegen checkt ihn bitte aus auf Instagram. Zieht Arsenal nach. Oh, da ist der Keeper und da ist der Sieg! Oh, Junge! Ja! Also, Arsenal früh gescheitert. Jetzt macht es Bayern noch unter sich aus, wer diese Challenge gewinnt. Alter, was geht bei dir ab, Max? Instagram wird auf jeden Fall explodieren. Nach der Volley Challenge. Oh, auf Wiedersehen! Okay, Max Power gewinnt die Challenge. Max, Glückwunsch, das war auf jeden Fall heftig. Zwei kranke Tore. Sind wir wieder bei 1-1. Letzte Challenge. Letzte Challenge. Arsenal-Bayern. Kraft der Gemeinschaft. Also, Max, nächstes Challenge. Zwei gegen zwei. Ein Verteidiger, ein Torhüter und die Mannschaft, die als erstes dreimal verkackt ist, raus. Auf geht's. Bin ich dabei. Seid ihr ready? Ready? Ready. Ready. Max, ready? Nein. Ready? Ready. Always ready! Ich gucke dir diese Nichtskönne an. Ja, waren sie clever. Ja, mach ihn weg. Mach ihn weg. Ja! Oh, shit! Kostet ihm hier fast den Ball. Was machen die da? Traut er sich nicht? Immer noch Max? Der FC Bayern jetzt hier. Oh, der ist zu steil geschickt. Ja, jawohl, Nils, Junge. Stark. Jetzt, mach ihn weg. Nein! Ist doch heiß! Ist doch heiß! Der war schon auf fünf. In die Gasse geschickt. Achtung! Mach das selbst! Nein! Nils! Ja, ja, ja! Ja! Boah! Ganz einfach. Achtung auf! Achtung auf! Jetzt! Nein! Nein! Nice! Ja, Junge! Glückwunsch! Danke! Wie fühlt man sich nach so einem Sieg gegen einen schwachen FC Arsenal? Ja, ich muss sagen, wir haben es konsequent zu Ende gespielt. Wir hatten am Anfang ein paar Spieligkeiten. Ach nein, ich spiele ja Europa League. Juuuge! Das war es mit den Challenges. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Am Ende konnten Nils und ich leider nicht gewinnen. Vielleicht hat die Gemeinschaft einfach nicht gestimmt oder das andere Team hatte die bessere Gemeinschaft. Zu dem Thema gibt es übrigens, wie gesagt, ein cooles Interview. Einfach den Link in der Beschreibung mal anklicken. Da erfahrt ihr ein paar coole Details über mich. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!